Hallo Pyrus! Willkommen zu einem neuen Video. Einfach Feuerwerk zünden. Wir nehmen uns einfach ein paar Sachen, ein paar schöne Leckerbissen, um die Vorfreude zu steigern. Und wir fangen an mit der Fountain of Life Teil 2. Ein sehr sehr schönes Teil. Weiter geht's mit einem Vogel. Und zwar dem Firebird. Vom Komet. Auch sehr sehr schön. Dann haben wir hier als nächstes ein Jackie Chan ist das, glaube ich. Mal gucken, was da passiert. Der ist einfach abgehoben. Auch nicht schlecht. Machen wir direkt mal noch den zweiten. Hammer Teil. Das ist kein Problem, Max. Kannste machen. Auch den D-Böller? Ja. So, Vesuv. Von Keller. Mega schönes Ding. Dann schnappen wir uns jetzt als nächstes mal hier so einen kleinen Knaller. Ich glaube, das müsste einer von Pyroland sein. Von den Elgato-Knallern. Ja. Das war einer davon. Dann haben wir als nächstes den Knallkörper. Auch nochmal in eine größere Nummer. Dann haben wir jetzt hier so einen Silberregen ist das. Na, der will irgendwie nicht mehr so schade. Gut, machen wir weiter. Und zwar Samba-Fontäne. Dann lass uns mal ein bisschen Samba tanzen, Freunde. Jetzt direkt los. Ich glaube, die ist auch mit Feuer-Effekt. Oh, anscheinend doch kein Holz-Effekt. Na ja, dann hier haben wir so einen schönen Bergholz-Feuertopf. JGWB. Wow. Alter. Was ein Teil. Fountain von Jorge im Grün. Schön, schön. So, dann kümmern wir uns jetzt mal um den Crackling-Ball hier. Ja, Hammer. Römisches Licht von, ich glaube, Leslie ist das. Dann, irgendeine Schildkröte. Mal gucken, was die macht. Gar nichts. Das ist ja ein langweiliger Teil. So, jetzt haben wir hier ein paar Moskitos. Die machen immer wieder Spaß. Und die letzten beiden. So richtig Power hatten die aber nicht. Und jetzt, liebe Freunde, machen wir hier noch einen schönen Super-Böller. Und dann kommen hier die drei Raketen. Schönes Ding. So, die Diablo-Dreischlag von Veko. Dann, von Niko Fireworks und Balloons, die Niko Glycerin. Unfassbar fett. Da hinten geht's auch ab. Und als nächstes, die Elgato-Salut-Rakete. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Apple haut rein.